Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Ach, Unsinn. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn eben! Bringen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Die Kinderleidigkeit ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Ach, Sie sind doch zwei Fegelein im Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Mein Führer, ruf in der Berlin zu Ende. Ja, 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 ja! Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee bekehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst! Die Gruppe Steiner wird von Norden näher angreifen und sich wieder laut in Armee vereinigen. Ja, vielleicht schon dort! Ich glaube, ich habe mich gesucht, Schmerzen für den Kategorien. Das war's für den Kategorien. Ich bin ein специer. Ich habe mich wie gesagt, ich habe mich gesucht! Ich bin ein paar Geheimdiener im Befehl. Ich bin ein paar Geheimdiener von Norden. Ja, ich bin ein paar Geheimdiener von Norden. Ich bin ein paar Geheimdiener von Norden. Bis zum nächsten Mal.